Ja, das war ein selbst eingefügter Sound-Effekt. Grüße Leute, willkommen zu Freitag, der 13. auf den NES. Erste Paran-Information von diesem Let's Play, ich hatte mal Bock drauf, weil momentan ist ja das Xbox One-Titelchen und das PlayStation 4-Titelchen dafür draußen. Oder alles schon eine ganze Weile draußen und auf dem PC. Ich weiß gar nicht, gibt es das auch für PlayStation 4? Ich habe es bei 6 nur auf Xbox One und PC gesehen. Ist ja auch völlig egal. Da habe ich gedacht, mal das Original auf den NES zu zocken, weil ich habe den Film zugegeben nie gesehen und habe nur so ungefähr Randwissen und wollte es da ja einfach mal austesten. Und wir haben die Wahl zwischen Chrissy, Debbie, Laura, Paul, Mark und Georg. Mark, ich will Mark sterben sehen. Oder ich nehme Chrissy. Chrissy ist auch interessant aus, besteht aus speziellen Gründen. Muss auch sterben, müssen alle sterben. Ich nehme einfach mal, ähm, boah, warum ist das hier unten so abgeschnitten? Habe ich das nicht richtig eingestellt? Na gut, müssen wir mal mit leben. Ich nehme einfach mal Mark. Mark muss zuerst sterben. Und ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert und wie es geht. Ich bin da völlig used to touch to light fireplaces. Okay. Okay. Ich habe auch kein Feuerzeug. Wo ist das jetzt? Okay, das ist ein Haus, aber sehr strange zu laufen. Riesiges Fenster. Wow. Und hier drin gibt es gar nichts. Falls der Ton ein bisschen seltsam ist, bitte ich das zu verzeihen. Ich bin gerade wieder mal auf einem kleinen Seminar unterwegs. Da bin ich ja öfters mal, ne? Zu Glück, aber muss ich ja weiterbilden im Berufsleben. Alter, stimmt. Was sind das eigentlich? Sind das Zombies oder sowas? Eine Höhle? Okay. Ich denke nicht, dass ich da erstmal hin möchte. Höhen sind meistens tödlich. Alter, kann aber auch springen, der Mark. Guckt euch das mal an. Neuer Weltrekord. Ich gehe mal in das Haus rein. Ähm, und habe leider meinen Popschutz vergessen. Und überhaupt ist das Mikrofon, habe ich keinen Ständer dafür mit. Das heißt, es kugelt hier einfach nur rum. Äh, kann ich das jetzt anzünden? Nein, geht nicht. Ich brauche irgendwie einen Torch dafür, ein Feuerzeug oder eine Fackel, was weiß ich. Also, äh, Popschutz vergessen. Dass es auch noch dazu kommt. Äh, und ich die richtige, richtige Mikrofonhöhe. Das heißt, ihr werdet mich ein bisschen schlechter hören können. Und ich muss versuchen, P-Laute zu vermeiden. Also sowas wie Pelikan. Äh, thank you. Das ist Debbie. Debbie könnten wir selber steuern. Können wir mit Debbie jetzt irgendwas noch machen? Ähm, nee. Debbie hat aber seltsam gezeichnete Brüste für damals. Also so einfach nur so schwarze Linien drin. Ich weiß auch nicht, es fällt mir gerade so auf. Ähm, ja. P-Laute muss man vermeiden, wenn man kein Pops... Oh, Freddy! Freddy! Ich wollte es gerade mit dem P-Lauten anziehen. Alter, wie soll ich denn gegen Freddy gewinnen? Wollt ihr mich verhaschen? Der trifft mich jedes Mal. Alter. Mark, du bist tot. Mark ist verreckt. Da kommt Jason einfach mit seinem Jogginganzug und verprügelt uns. Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Ich nehme jetzt einfach mal... Georg. So, nochmal... Also wenn ich P-Laute verwendet und keinen Popschutz dran habe, dann kriegt das immer so leichter auf. Poppumungen. Das müsst ihr die ganze Zeit schon merken, dass es unangenehm gehört. Das heißt sowas Pelikan, Polizei, Pim, ähm, äh, Paprika. Äh, sowas darf ich alles nicht verwenden. Versuche ich also zu vermeiden. Das ist ein Torch! Yay! Wir haben Feuerzeug, Lightning, äh, und können... Na, ich will nicht im Wald. Ich habe ein schlechtes Gefühl, wenn ich in irgendeinen Wald reinrenne. Ich... Da ist aber eine Waldhütte. Äh... Ich laufe erst mal weiter. Vielleicht bedeuten die Häuser irgendwas. Alter! Okay. Der kann nicht mehr so springen, der George, wie der Mark. Ich glaube, der Mark ist overpowered und der George, der hat nur eine große Energierenszeige oder so. Und was zählt denn da unten, äh, da oben für einen Counter runter? Ich habe Angst. Wahrscheinlich kommt dann der Freddy. Warum waren wir auf einmal so schnell da? Und warum sah der aus, als wäre er in Ruhe joggen gegangen? Mit seinem frischen, äh, Frühling-Shirt und seinem Jogging-Anzug. So wie alte Frauen ihn manchmal tragen in amerikanischen Filmen. Oh Gott. Und warum kommen jetzt Zombies aus dem Boden? Ich meine, ich habe den Film... Oh, Energie. Obwohl ich keine Energie verloren habe. Aber vielleicht bringt das ja irgendwas. Ich habe den Film, wie gesagt, nur ausschnittsweise beim Kumpel gesehen. Jetzt nicht großartig. Immer wieder mal so ein Ausschnitt. Äh, und habe nie komplett gesehen. Äh, und daher kenne ich mich nicht wirklich aus, äh, was da abgeht. Aber vielleicht kann mich da irgendjemand mal aufklären, äh, warum da Freddy eigentlich so wütend auf die Menschheit ist und alle umbringen möchte und wie man Freddy aufhalten kann. Jetzt wird es mich langsam dunkel und, und die Zombies kommen mehr. Und mir guckt langsam der Kackstift. Wir gehen einfach im Außen mal lang. Das ist der einzige Plan, den ich jetzt gerade habe. Wenn die Hütten abziehen, das muss ja irgendeinen Sinn haben. Chrissy. Okay, Chrissy ist auch ein Spieler, den wir spielen können. Ähm, ist aber gut, dass es gewechselt hat jetzt, ne? Wir wissen jetzt, wenn einer stirbt, können wir die Spielerposition von denen übernehmen. Da müssen wir uns nur die Häuser merken. Alter, Messer. Knife, Knife, Knife. Oh, das macht ja viel mehr Schaden. Wir brauchen noch zwei Treffer. Ich habe immer den Eindruck, ich treffe gleich auf Jason, wenn die Zeit da oben abgelaufen ist. Ein Schlüssel. Okay, wir haben Schlüssel. Für was braucht man Schlüssel? Für Türen. Allerdings habe ich jetzt noch keine verschlossenen Türen gesehen. Vielleicht muss ich jetzt wirklich mal in den Wald oder so. Ah, okay, gut. Aber wohl, im Wald. Warum soll es da verschlossene Türen geben? Ah, da ist ein Haus. Zwei sogar. Alter. Wolfe. Okay, Georg darf jetzt nicht sterben. Wir müssen Georg schön hier durchkriegen. Oh, Energie. Das tut ja gar nichts auf. Muss ich das raffen? Gibt es hier irgendein Menü zusätzlich? Nee. Alter, sterben doch alle. Oh. Alter. Hund, geh drauf. Okay, ich habe keine Ahnung, wie es hier weitergeht. Tiefer vielleicht? Ich versuche ja zu der einen Hütte zu kommen. Also zu der links im Wald. Ich habe ja keine Ahnung, ob ich mich hier wirklich zum Haus fortbewegt. Alter. Du dämlicher Hund. Oder Wolf. Fuchs. Ist mir egal. Alter. Geht es hier? Sieht so verdächtig aus. Ja. Ey, wir sind wirklich ein Haus drin. Hier, mitten im Wald. Und es gibt hier einfach mal gar nichts. Ist das ein Witz? Da steht Cure. Kann ich hier irgendwas machen? Ich kann Change machen. Ist ja super. Pass. Geht auch nicht. Cure. Take. Na, wenn nichts ist, kann ich nichts taken. Und hier ist doch kein Kamin, um Feuer anzumachen. Das war super sinnlos. Und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt als nächstes mache. Jetzt haben wir so gut ausgerüsteten Charakter, der einen Feuerzeug hat, der Energie hat, die er nicht nutzen kann, ein Messer hat und wir können damit nichts anfangen. Macht mich gerade ein bisschen traurig. Ich will aus diesem Horrorwald wieder. Nein. Ach, Georg lebt noch. Jetzt hat er Energie Schub gekriegt. Ah. Okay, ich glaube, ich raffe das. Ich laufe noch trotzdem weiter nach links. Hier geht es raus aus dem Wald, oder? Ja. Alles klar. Ich raffe das, glaube ich. Die Energie fühlt sich dann auf, wenn wir sterben. Okay. Ich mag das Spielprinzip, dass man hier versucht zu überleben. Aber ich mag es nicht, dass ich keine Ahnung habe, was ich hier eigentlich zu tun habe. Und dass da irgendein Children-Counter runter zählt. Das gefällt mir noch viel, viel weniger. Wenn ich den Eindruck habe, dann kommt Freddy vorbei. Und 1, 2, 3, Freddy kommt vorbei, dann ist sowieso aus. Okay, Chrissy. Auf die sind wir jetzt schon mal getroffen, oder? Also waren wir in diesem Haus schon mal. Ich muss mir das mal ein bisschen besser merken. Oh, die werden die Kinder dann zufällig verteilt. Ne, wir laufen den Weg zurück. Ich döde. Ich muss in die andere Richtung. Jetzt weiß ich auch. Halt. So rum. Springen. Alter, über die Zombies rüber zu springen ist viel, viel besser, als die umzubringen. Geht nämlich viel, viel schneller. Und Zeit haben wir gerade keine mehr. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, gleich ist Georg tot, weil Freddy wieder angerastet kommt. Jetzt ist irgendwas passiert. Jetzt sind Schilde und Szenen. Oh, ich habe doch keine Ahnung. In dem Haus war man nicht. Lass hier mal was cooles sein. Irgendwas, was wir machen können. Ne. Oh, doch. Ich gucke gleich mal auf die Karte. Ach, wir sollen da runter. Boah, da muss ich ja doch wieder in die andere Richtung. Okay, wir wollen zum See. Zu den Hütten am See. Das kriegen wir hin. Das ist der nächste Tipp, den wir haben. Oh. Oh, Alter. Plötzlich neuer Gegner. Ich will nicht in den Wald. Kein Bock drauf. Achso, ich wollte mich mit dem Viecher ja nicht betteln. Sondern einfach nur wegrennen. Wer wegrennt, ist das, wo man die meisten Chancen hat, bei Horror zu überleben. Eigentlich muss man ab und zu mal kämpfen. Ist ja richtig. Abgegen Freddy ist das fast unmöglich. So müssen wir dann bald ne Abbiegung nehmen. Hier ist wieder Chrissy drin. Alter. Georg. Reiß dich zusammen. Nicht sterben. Hier müssen wir rein. Gut. Äh. Oh Gott. Ach, da ist ne, 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 ne. Da wird so grün angezeigt. Da soll ich mal hingehen. Grün ist ja meistens ein Zeichen dafür, dass alles gut wird. Ey, ihr blöden Fackat-Zombies. Oh, das ist wieder Energie. Okay, ich gehe in die falsche Richtung. Das habe ich mir fast schon gedacht. Aber ich gebe trotzdem mal das Haus rein. Okay, hier ist Laura. Hier gibt es auch nichts drin. Scheiß auf Laura. Wir werden sicherlich Laura heute noch steuern müssen. Denn ich glaube, Georg wird bald abkratzen. Und ich habe da mal vor, eine Dame zu nehmen. Äh. Ich gehe jetzt direkt zum See. Aber da möchte ich ja nicht hin. Ich möchte zur grünen Hütte. Vielleicht muss ich dann später mal zum See. Ist das die grüne Hütte? Das ist die grüne Hütte. Thank you. Hallo Jason. Jason. Hallo Jason. Kann ich irgendwas... Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe das Messer ausge... Ich tausche mal das Messer ab. Oh. Ich... Ich dödel. Warum? Noch habe ich Energie. Noch kann ich kämpfen. Aber Jason hat mich einfach mal... Aber Paul startet ja vor dem Haus. Und denen habe ich gleich das Messer gegeben. Alles klar. Äh. Und der soll jetzt zu den Karabinen... Okay. Jetzt gehen wir wirklich mal in das Zeug dahin. Wir haben zwei Feuerzeuge. Alter. Perfekt. Äh. Aber er springt ja noch beschissener als der... Oh Gott. Wo müssen wir jetzt hin? Ich denke die Richtung. Und warum gibt es hier Wasserleichen? Das macht sowas für gar keinen Sinn. Die kamen doch im Film gar nicht vor. Ich habe den Film so nicht gesehen. Aber da gab es doch nur den Herr Jason, der alle umgebracht hat, oder? Hier müssen wir hin. Okay. Einen Anleger. Alter. Das sind das viele Kinder. Redet ihr mit mir? Change. Pass. Cure. Ist das unheimlich. Stehen hier ein wenig Kinder an der Wand, die sich da irgendwo verstecken und nicht mit uns reden wollen? Ja, was soll ich denn jetzt hier? Oh, ich leute, ich raff's nicht. Jetzt bin ich zwar hier, aber ich kann mit den Gören nichts anfangen. Die wollen doch nicht mit mir reden. Und so viele Tasten hat das NES-Pad nun mal nicht, dass ich hier noch irgendwas besonders mache. Oh, ich raff's nicht. Ist immer der Nachteil, wenn man sich beim Spiel nicht die Bedienungsanleitung durchlässt, ne? Ah, das habe ich nur davon. Hier rödel mal weiter. Alter. Okay. Getötet. Aber leider auch einen Treffer abbekommen. Ich glaube, Paul ist auch nicht der Überlebenskünstler. Der wird auch bald drauf gehen, dank unserer Leistung. Und ich habe jetzt keine Ahnung, was ich tun soll. Ich habe jetzt einen Schlüssel. Das Messer ist ja relativ gut gegen die Viecher. Aber wo's next? Ich gehe erstmal diese... Oh, Energie. I need it. Dann gehen wir mal ins Haus hier rein. Oh, gibt's hier irgendeinen Kamin zum Anmachen? Ich will das mal machen und wissen, was das bringt. Da ist ein Letter. Okay. Äh, take. Go into the Cabine. Near the Cave. Ach, jetzt soll man ins Haus gehen. Nahe der Höhle. Und wir können hier Feuer anmachen. Und das bringt jetzt was? Regenerieren wir da? Es war schön, dass jetzt ein Feuer an ist, aber... Da sind wir ja sicher vor Jason. Oh, ich weiß es nicht, Leute. Ob da sowieso ständig weiter müssen, hilft uns die Sicherheit von Jason eigentlich auch nichts. Okay. Äh... Gehen wir erstmal hier weiter. Nimm die Abzweigung nach unten. Dann kommen wir nämlich ganz schnell zur Höhle. Obwohl ich sowieso glaube, dass wir gleich tot sein werden. Äh, dummer Rabe. Okay, wir sind richtig. Alter. Äh, jetzt die Richtung, oder? Ich finde das mit der Map eigentlich schön gemacht, dass man sich hier durch die Gegend sneaken kann. Ja, wir bewegen uns glaube ich auch richtig. Ja! Und was für einen riesen Vorsprung wir gleich gemacht haben. Also es ist alles recht nah beieinander. Es sieht von der Map nur so groß aus. Das ist doch jetzt ein... Nee, es ist noch nicht nahe des Caves. Wollte es gerade sagen. Ja, ja. Ja. Aber hier gibt es gleich wieder was, was ich nutzen kann. Denn wenn Jason kommt, bin ich sowieso im Arsch. Okay. Wieder nichts versteckt? Och doch, wir können wieder einen Kamin anmachen. Ich habe keine Ahnung, was es bringt. Das ist echt traurig. Okay, jetzt schnell weiter. Bevor der Jason kommt. Äh, stirb. Hier geht es zur Höhle. Einer von den Hütten muss es sein. Jetzt machen wir einen schönen Rundlauf und gehen einfach alle Hütten ab. Oder habe ich die Kinder da gerettet, wenn ich die Hütte gesetzt habe? Ich muss ja auf einmal in eine neue Hütte. Äh, irgendwas mit Schilden 59. Ich bin verwirrt. Okay, gibt es hier irgendwas? Muss ich vielleicht bei den Hütten die Kinder anzünden? Ich meine, muss ich die Kinder, um sie zu schützen, die Kamin anzünden, wo die Kinder stehen? Ey, ich habe keine Ahnung. Das Ferienkamp macht mich wahnsinnig. Das Spiel macht mich wahnsinnig. Okay. Obwohl ich eigentlich schon recht lange überlebe, muss ich sagen, mit dem guten Herrn Paul. Das ist ein Schlüssel. Alter, jetzt ist der Schlüssel da, oder was? Ihr verarscht mich doch. Dafür habe ich den ganzen Schaden jetzt kassiert. Jetzt nimm den scheiß Schlüssel, für was immer du den brauchst. Okay. Neues Haus. Into. Oh, bitte, jetzt lass hier irgendwas sein. Ich rastspiel nicht. Leute, ich rastspiel einfach nicht. Was soll ich hier tun? Okay, wir gehen jetzt alle Hütten ab. Ist ja logisch, wir haben da sowieso keine andere Wahl. Scheiß Zombies, Mann. So eine nervige Kacke. Die machen das Spiel jetzt nicht wirklich besser, finde ich. Ah, hallo? Hallo, steh mich hier um. Da gibt's absolut nichts. Nichts. Oh, Kamin. Toll. Wir haben Kamin angemacht. Ich bin stolz auf mich. Und sterbe ich jetzt mit Wärme im Popo, oder was? Also jetzt mal ganz ehrlich. Ich hab absolut keine Idee, ob das... Oh, Energie. Ob es das jetzt gebracht hat, oder... Alter. Oh, Paul hat noch Energie dran gehabt. Zum Glück, die ich gerade aufgenommen hab. Wahrscheinlich der. Aber statt ja nicht, ich soll in die Hülle gehen. Ich soll, äh, eine Cabine. Also hier so eine Hütte. Nah. Der Höhle. Tja. Ist also wie so eine Art Schnitzejagd. Wahrscheinlich aufgebaut, dass ich ein Zähn nach anderem durchgehen muss. Und dann immer die Hütten absuchen muss. Ist jetzt nicht das spannendste Spielprinzip? Ich denke, es hat sich ziemlich schnell, äh, erledigt. Okay, ich bin ja fast jetzt überall gewesen. Das muss ja bald mal hier ein Ende haben. Äh, nö, gibt's wieder nix. Ich denke, man muss von Zettel zu Zettel rennen. Wieder ein Kamin angemacht? Bin stolz auf mich. Ich hab nur keine Ahnung, was das bringt. Lässt sich Jason davon abhalten, wenn man einen Kamin anzündet? Findet ihr das so schlimm? Ist er vielleicht auf der Ökobilanz nicht gut zu sprechen von so einem Kamin? Boah, ich hör mal so ein abgefahrenes Geräusch. Jetzt sind nur noch fünf Kinder irgendwie da. 0,5. Sterben die alle, während ich hier rumlaufe? Und mein... Nein, ich bin tot. Ein Zombie gestorben. Und Laura und Chrissy sind so weit weg. Nimm mal halt Laura. Laura hat wieder einen Stein. Aber Laura ist extrem schnell unterwegs und kann weit springen. Nein, Jason. Okay, Laura, du bist tot. Warum? Warum? Ja, Laura wird leicht das Zeitliche segnen, weil Jason einfach keinen Bock hat. Sehr geil. So, Chrissy. Letzte Überlebende. Yay. Chrissy hat's aber auch drauf. Guckt euch das mal an. Ach, die im Sportunterricht besonders gut aufgebracht, wie man drei Meter springen kann. Oh nein, warum? Ich hab mich schon gewundert, warum es nicht weitergeht. Warum Jason hier ausgerechnet Langschaft? Und wie soll man den besiegen? Jetzt mal ohne Scheiß. Alter, der macht einen doch platt. Hä? Auf damit. Ja, Son. Reißen Sie sich zusammen. Ich bin tot. Alles klar. Leute, das war's mit Freitag der 13. Ich hab's Spiel einfach nicht gerafft. You and your friends are death. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß beim Zusehen und schaltet beim nächsten Retro-Let's Play oder irgendein anderer Let's Play wieder ein. Und vergesst nicht, das Übliche zu machen, was uns Let's Player richtig Freude macht. Und zwar kommentieren. Da würde ich mich sehr drüber freuen. So, Freitag der 13. Ich glaub, ich werd's nie wieder spielen. Was für ein Game, ey. Ciao, Leute. Ciao, Leute.